Und dann willkommen zu Neapart 31. So, ich war am Müllbergwächt kaputt, äh Linsen zusammen wollte. Ich glaube ich habe nicht genug bekommen. Dann machst du das andermal. Nochmal. So, ich muss noch Dinge verkaufen, ganz schnell. Mit irgendwas war ich nicht voll. Ich gehe runter auf 30. Ich sehe mich wie cool ich hier rauskriege. Ja, kaputte Linsen, da fehlt einer. Ja, du musst es irgendwann nochmal machen. Aber nicht jetzt. Schnelles Verkaufen hier. Oh, hier Antennen. 99 Stück. Das dauert. Kaputer Motor. Oh, ich kriege ja viel Geld raus, ne? Das dürfte alles sein, oder? Ne, hier ist noch ein Beschluss. Malbuch und Schulbuch. Aber jetzt. 51.000. Wunderbar. Gut. Dann, da ich nicht genug Linsen habe, mache ich den Scheibe der Hauptquest weiter. Das letzte Mal angeln, ne? Und eigentlich meine viel Nebenquest. Dann mal schnell zu popular. Ah, sie müsste mich in die Wüste schicken. Also wirklich. Dann bin ich eigentlich schon was durch, ne? Mit der Story. Also mit dem ersten Ending. Gibt ja vier. Ich will ja alle vier machen eigentlich. Mehr oder weniger. So. Hey. Hey. Oh, du bist zurück? Hast du etwas Neues über den Schlüssel des Schattenhauts herausgefunden? Nein, tut mir leid. Das ist wirklich schwierig. Freude Zerbrus, könnte das mit deinem Hund zu tun haben. Aber genau das kann ich nicht sagen. So, das ist weiter popular. Du bist sozusagen meine letzte Hoffnung. Nicht, wer tut, was ich kann. Okay. Das war echt wenig. Oh, und übrigens. Hm. Ich bin vorhin an deinem Haus dabei gelaufen und habe gesehen, dass du Post hast. Du sollst selbst mal nachsehen, wofür. Oh, danke. Okay. Ein schein Hund, ne? Da kommt der Wölf in Frage. Und Wölfe gibt es ja noch in der Wüste hier. Warum auch immer. Oh, schon ein bisschen Schaden. Lass schon kurz aufheilen. So. Auf zum Briefkasten. Offizielle Benachrichtigung. Gemäß Regel 25.656. Betrachtet dies bitte als eure offizielle Benachrichtigung, dass der König von Fassade beschlossen hat, den Bund der Ehe einzugehen. Bitte reicht alle Bedenken und oder Glückwünsche über die offiziellen Kanäle gemäß Regel 38.585 ein. Hochartungsvoll. Das königliche Büro von Fassade für Eheschließungen und andere rechtskräftige Verträge und Angelegenheiten. Für jetzt? Hey Leute, ich bin es. Der König von Fassade. Tut leid, dass dies alles so formal ist. Hörst du, ich halte heiraten. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Also schaut vorbei. Der König wird heiraten? Ah, ich freue mich dieses alte Buch, einen Jungen zu einem Mann des Rheinwachs zu sehen. Es wäre unheimlich wie Hochzeit, den König zu verpassen. Wir waren schon lange nicht mit Fassade. Wir sollten ihn einen Besuch abstatten. Ja, dann gehen wir da mal schnell hin. Ich werde den Weg wahrscheinlich da hin rauskutten. Mal sehen. Oh, Sirene jetzt auch irgendwas. Oh, ich glaube nicht. Oh, die Wölfe. Ist es nicht so lustig, dass wir Wälde in dem Dessert finden? Oh, nein. Welche Zerstören könnten sie möglicherweise hoffen, um die Haare zu enttämen? Sieht so, dass ich gesagt hätte, ja. Ja, gut. Das habe ich ja auch vorhin gerade gefragt. Ja, aber lohnt sich, ob die auszunehmen eigentlich nicht wirklich, oder? Scheint, die haben nichts, was ich wirklich brauche. Ich könnte die eigentlich auch in Ruhe lassen. Aber jetzt haben wir schon immer angefangen. Aha. Okay, gut. Dann weiter geht's. Die ganze Skibliu, ne? Sind echt nervig. Da oben so plötzlich auf. Ist nicht selbst auf der Karte, ne? Ja, da gibt's echt schon auch noch hier im Ingen-Depen-Quest. Halt, wenn ich schon mal hier bin, der Typ wollte ja von was. Hey, habt ihr einen rauen Blatt hier herumliegen? Einen rauen Blatt? Wo? Oh, so eine Bitte hätte ich von euch ja nie erwartet. Äh, was? Kein Problem, kein Problem. Das sind schließlich alle Männer nicht, wahr? Wovon zur Hölle... Wovon zur Hölle rede ich, oder? Ach, was auch immer. Gib mir einfach das Ding. Und dann verschwindet ich schon hier. So. Das wollte der Typ hier am Hafen haben, der sein Medizin machen will. Gut. Dann hat man das erledigt, ne? Wenn ich irgendwann die kaputte Linse noch hab, kann ich dann ein Meeresbond, genau, einfach mal drei Aufgaben abschließen. Und das hier war wunderbar. Achso, die Markierung auf der Karte, aber bloß der Typ. Egal. Jawohl, erstmal langsam reinlaufen. Das ist ein König. Ah, Karki. Oh, er ist echt gekommen. Wir haben es eigentlich schon mal gesehen. Ich höre, deine Tage von Bacheloren sind zu Ende, Herr. Meine tiefsten Sympathien. Ah, ich bin nur schuldig. Du möchtest das Marriere-Leute. Entschuldige mir, aber wir sind alle bereit, die Identität deiner glücklichen Bruder zu kennen. Ich bin hier. Ich versprach, es gab mal nicht. So wie seltsam. Wie schön, das wieder zu sehen. Haben wir uns getroffen? Ich bin es, Feyre. Ich bin es, Ich bin ein guter Beispiel von Frau. Ich bin sicher, dass du eine wunderbare Frau wirst. Kaine will das mal sehen. Hahaha, okay. Yura, wenn du dich verletzt hast, dann gehst du mit Gintou. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du dich verletzt hast. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist, aber... Ich bin froh, dass du hier bist. 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 Wie können wir das? Okay. Oh, die Nacht vor Tauchzeit. Ich kann nicht wissen, dass sie eine Regel für korrekte Zeiten und Wassertemperaturen eines Bades haben. Ich bin froh, dass sie keine Regel bezüglich fliegender Bücher haben. Das ist sehr seltsam. Keine? Was ist los? Das gefällt mir nicht. Nachtzeile sind festliche Anlässe, wisst ihr. Soll ich überhaupt hier sein? Du könntest ein paar Obszenitäten in der Zerminie einbringen, um dich mehr wie zu Hause zu fühlen. Halt es mal aufschlag. Das war eine ernsthafte Frage. Diese Stadt richtet sich nach Regeln, nicht nach Vorurteilen. Und dem Beispiel schuldet ihr die Königin ihr Leben. Du musst dich schon überstehen, macht er keine Sorgen. Ja, wahrscheinlich. Kaufst du hier zumindest ein paar neue Dessous für die Fertigkeiten? Und Frühlingshaben vielleicht? Red da weiter weiß. Ja, um ins Leben Klamotten. Oh. Kannst du nicht schlafen? Nachtzeile sind so aufregend. Ich kann bestimmt tagelang nicht schlafen. Oh, Emil. Das klingt ja fast, als würdest du heiraten. Hihi. Ja, scheiß. Obwohl ich eines Tages auch heiraten möchte, scheint er. Weil ich ein Mädchen finde, das sich nicht an meinem Aussehen stört. Ach. Wie war denn in deiner Hochzeit so? Also ein riesiges Fest mit jede Menge Reden und Tänzen, Nachen, Bären und auf Einreden und so? Na, ist schon lange her, Junge. Nun, würdest du es doch einmal tun? Okay, das waren jetzt genug seltsame Fragen. Geh schlafen. Äh, ich muss raus. Ja. Zum König. Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Die End ist ja erneut schlecht. Die Leute fangen an zu hungern. Unser Problem mit den Wölfen hat sich verschlimmert. Die Pflicht eines Königs sind die Überwältigung. Ich habe beinahe ein schlechtes Gewissen, ein Fest für meine Hochzeit abzuhalten. Achso, ja. Egal, jetzt hast du angefangen, Ruhe zu lesen, machst du weiter. Dunkelseiten, Licht zu finden, zeichnet ein wahres Urlaub aus. Das hätte ich nicht besser sagen können. Eure Leute verdienen einen Moment der Ruhe und des Feierns. Ein Mann arbeitet besser, wenn er etwas hat. Und Menschen arbeiten härter, wenn es etwas oder jemanden gibt, für was sie kämpfen. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Hm. Hm. Es sollte eine Regel draus waren. Eber, für den er kämpft. Ja, der Katanke gefällt mir. Tag der Hochzeit. Oh, schön. Ein Wettbewerb. Blätter überall. Jeder ist glücklich. Es ist großartig. Es ist großartig. Ich bin ein bisschen stolz. Du bist ein bisschen stolz, Kai-Neh? Achso. 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 Und wie geht es mit dir? Meine Herren. Und zwar bitte ich euch von unseren geliebten Gästen und gemäß Regeln 904 auf dem Band, äh, eurem Bund, mit den Gästen zu besiegeln. Ich bin ein bisschen stolz, Yuto. Diese Dinge waren schon immer schwierig für mich. Ich bin ein bisschen stolz. 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 Fahrer! Fahrer! Oh, 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 oh. Der Schatten ist ein Schatten. Unsere Opponenten haben die Macht, um die Magie zu reflektieren. Sie erscheint, dass Sie dich targetieren. Ach, da weiß ich nicht viel Schaden. Hm. Naja, ich hab so viel Schaden. Jetzt rennt er einfach davon. Hier! 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 Hier, hier, Sie! Hier, Sie... Hier sind Sie? Und bitte Mein Freund und ich es mache mich zu das nicht Nein 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 Ents Ich habe hier auch geschmeckt, junge Frau und andare mit dem Juden und kommen zu uns. Ich habe hier nicht mehr gesehen, wie ich meine Augen und mir nicht mehr bislang. Ich habe hier nicht mehr gesehen, wie ich meine Augen und mir nicht mehr gesehen habe. Ich habe hier nicht mehr gesehen, wie ich mich nicht mehr so will, wie ich nicht mehr dabei sein kann. Toikki-Zu... ...zure...zure... ...zure...zure... ...zure... 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 ...zure...zure...zure...zure...zure... This course of action, King. Ahead lies a battle you can not win. The zombies are being fed! Nien! Zals... Zals! Zırt von Zers! Zorkort! Zoday... Oikautel. Töre... ...Peyr-Atoll... ...Kaisem Tatodekä. Nacktle... Zırt von Zerkan toii... ...Karatsukuk-kitesetä... ...Kaisem Tatoki-usah. Gehen Sie, und dann kommen Sie mit dem Mann und kommen Sie mit dem Mann und kommen Sie mit dem Mann. Die Trauer des Königs ist tief. Ich bezweifle, dass er zurückstecken wird. Ich glaube, du hast recht. Früher oder später wird er die Höhle der Wülfe angreifen. Werden wir die Leine ziehen lassen? Natürlich nicht. Dann müssen wir uns auf die Kaffee vorbereiten. Das wird nicht einfach werden. Ich weiß. Ah, ich komme auch schnell auf die Reihe. Die Zeit sollte dafür auch locker reichen. Denkst du, hätte ich alles in einem Part und nicht in... ...noch mehr. Das ist schon mehr, als ich dachte überhaupt. Ja, aus draußen. Drei viele Kampfe, aber sowas von. Ja, wir müssen Phyra erreichen. Phyra. Phyra haben wir ausgesprochen? Ja, ja. Phyra ist nicht mehr die einzige... ...das einzige Erfahrung. Die verdammten Wölfe kosten meinen Leuten auch weiterhin das Leben. Ich werde nicht zulassen, dass sie weiter darunter leiden. Als König muss ich klar Stellung beziehen. Und wenn die Regeln sagen, ich durfte das nicht. Dann zur Hölle mit den Regeln. Das ist eine Wahnsinn. Die Wölfe, die attacken, waren nur eine Fraction des Packs. Wie würdest du sie alle kämpfen? Phyra, ich werde nicht was sagen. Alles klar. Kaut uns in. Was? Wir machen es nicht für dich, dummer Böse. Es ist für Phyra. Kaine? Du kannst nicht mit einem König sprechen. Wenn das tatsächlich der Plan ist, dann lass uns meine Kaste machen. Wir können uns noch eine andere Tragödie erfordern. Phyra. Ich stehe tief nach meiner Schuld. Wenn ihr diese gebrauchen könnt. Zunehmen sie es bitte. Oh, Antike Urlaub. Ich habe keine Waffe. Wo geht ihr hin, mein Gebieter? Die Wölfe erschlagen. Die Stadt ist in deiner Hand. Mein Gebieter, das fest zahlreiche Regeln. Wir haben diese Regeln verhindert. Dass Phyra stirbt? Nein, mein Gebieter. Was hat Phyra ehemals getan? Sie war so nah dran, wahrhaftig glücklich zu werden. Dann wurde ihr alles genommen. Ja, mein Gebieter. War das Phyra schuld, dass sie so verletzlich war? Nein, mein Gebieter. Dann gehen wir aus dem Weg. Das kann ich nicht mal wieder. Ihr seid jung, so jung. Wie kannst du das wagen? Geht, Molt, Fuß. Leibre, Fuß, Tu take a deinen Weg severity und aufer八. Wir helfen uns einfach. Die Wizards-Fyra. Is Papa ... und der Bergdorf. das Elevation. Bittorf, Programmier! Es war Charlie Marks. Sie, der Bergdorf hat auch wehsch would. Wir sind die Zeckta-Torra! Zehraun-Din! Und der Zehraun, hier ist Gatschikl-Sor! Kaiser Zehstal-Peyer! Ich will die Riesra-Kan-Kjön schaue. Ich will die Arum-Ki-El-Toch-Gi-San-Tekita. Arum? Entschuldigung. Quatsun! Und dann... Das ist wichtig, meine Gehe zu retten. Und dann, die Leute, sich nicht mehr und schützt. Und dann? Ich werde mich nicht mehr vor dem Geheimen zurück! Ich werde mich nicht mehr vor. Ich werde mich nicht mehr vor dem Geheimen zurückleben. Ich werde mich nicht mehr vor der Geheimen. Ich werde mich nicht mehr vor. Da ist ihr Versteck, tut mir leid, so viel habe ich zu verlangen. Vergesst es, es ist vier Führer. Auf gehts. Ja gut, das ist kein Führerhandel, ne? Ist doch... Wo ist er eingesprungen? Ach da, da oben hockt er. Der König. Da muss ich, dass alle Wölfe fertig machen. Lass ich mal meine Achsen gehen, da brauchst du bestimmt mal einen Treffer. Es sind echt viele Wölfe hier, oder? Und alle Schatten töten. Der König. Der König. Der König. Das sind echt viele Opfer hier an Wölfe, würd ich muss sagen, oder? Ich treffe nicht. Jetzt. Ich glaube, eine leichte Waffe wäre jetzt besser auf jeden Fall. Ich bin hier. 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 Er macht echt wenig Schaden. Glücklicherweise. Das ist als erstes schwieriger. Oh, jetzt hab ich schon den Lauf. Ist er jetzt irgendwie schon mal runtergesprungen? Oder? Doch, ne? Ich dachte, da springt dann schonmal. In der Tat hab ich es geschafft. Aber noch nicht ganz. Jetzt. Oh, das ist doch nicht so. Das war's für heute. Aki! Gehtaytsu! Das ist... ...dokon! Gehrer! 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 Schlüssel Zerbrus halten! Euer Zerbrus. Sie hatte keine Stimme und keine Familie. Sie wurde in Knechtschaft geschickt, wo sie sich Tag ein Tag ausplagte. Sogar als ihre Zukunft sich aufhält. Ich glaube, die junge Führer war perfekt mit dem Leben, die sie hatte. Natürlich. Sollte das nicht, was sie dir sagen würde? Sie war sehr stolz von ihrem König. Und jetzt musst du alles, was du kannst, um ihre Erinnerung herzuhalten. Ich werde dein Bestes geben, das schwöre ich. Tut mir leid, ich würde nur gerne allein sein. Der König darf von anderen keinen Tränen vergießen. Ist das eine andere Infernal-Rule? Was Menschen leben und sterben nach ihren Regeln. Und manchmal brechen wir sie sogar. Die Ster-Führer. Ich weiß, aber es gibt nichts, was wir noch tun können. Eine traurige Wahrheit in der Tat. Das ist das letzte von ihnen. Jetzt können wir den Shadow-Lord finden. Und Yonah. Wir können sicherlich. Wir sind fast da, Yonah. Hold on. Ich würde beim nächsten Mal auch gleich das Finale, sage ich mal, machen. Das ist das erste Ending. Vielleicht mache ich noch die Linse. Wenn ich dran denke, die vorher zu sammeln. Ich weiß es nicht. Aber dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Oh, wir können uns zurückkommen. Und sehen, ob sie hat irgendwelche Worten für uns. So. Oh, jetzt.